Moin, moin. Mein Gott, es ist so gut, alle sehen. Joseph, Rafi, Jens. Jens, jedes Jahr Jens. Hoppala, hallo? Ja, gut. Ja, ich glaube, das muss ich nicht übersetzen, oder? Ja, also es ist so gut, unter euch allen zu sein und unter einigen ganz besonders. Mein Deutsch, bevor Jesus. Das ist das Deutsch, das ich für Jesus kenne. Was ist das Gasshausen? Wo ist das Gasshausen? Das war, bevor ich Jesus kannte. Jetzt, wo ich Jesus kenne. Ich musste etwas essen. All because of you. Really, many of you, we met over 31 years ago. Everybody's changed but me. Viele von uns, wir haben uns schon vor 31 Jahren getroffen. Und, ähm, ihr habt euch nicht verändert. Nur ich. Oder hat er so gesagt? Andersrum. And I may have told you this before. Ich habe euch das wahrscheinlich schon vorher mal gesagt. 31 years ago. Vor 31 Jahren. I had thick hair. Da habe ich noch dickes Haar gehabt. And a thin body. Und einen dünnen Körper. Now I have a thick body and thin hair. Jetzt habe ich einen dicken Körper und dunnes Haar. And I can't help it. Und ich kann da nichts gegen machen. And I think as we grow old in Jesus. Und wenn wir älter werden in Jesus. We really do look forward to our new bodies. Dann schauen wir immer mehr nach vorn und freuen uns auf unseren neuen Leiber. Since we've known each other so long. Weil wir uns ja schon so lange kennen. I thought I'd share on the faithfulness of Jesus. Dachte ich, dass ich etwas sagen möchte über die Treue Jesu. To keep us. Dass er, wie er uns hält. I look back on my life. Nenn ich auf mein Leben zurückschaue. I've made many mistakes. I've had periods of unbelief. You had? You had, sorry? Unbelief. Doubt. You had periods of unbelief. Ja, er hatte Zeiten des Unglaubens. And yet Jesus has been faithful. Aber Jesus ist treu da drin. And I think sometimes we doubt the love of Jesus. And manchmal, glaube ich, da zweifeln wir an der Liebe Jesu. Depending of our backgrounds. Das kommt immer so ein bisschen auf unseren Hintergrund an. And many times the Lord designs things. Oft plant Jesus etwas. To teach us that he will be faithful. Um uns zu lehren, dass er treu ist. When we do fail. Wenn wir versagen. I've walked with the Lord since 1968. Ich lebe mit Jesus seit 1986. And I'm far from perfect. Und ich bin weit davon entfernt, vollkommen zu sein. I'm still learning. Und ich lerne immer noch. I still have moments when I doubt. Und ich habe immer noch Momente, wo ich zweifle. There's a beautiful scripture in 2 Timothy 2, verse 13. Es gibt eine wunderbare Schriftstelle in 2 Timotheus 2, verse 4, 13. It says, if we believe not, he abideth faithful. He cannot deny himself. Da steht, wenn wir untreu sind, dann bleibt er doch treu. Denn er kann sich selber nicht verleugnen. So I thought we'd look at the example where the Apostles all had no belief, no faith. Und ich dachte, wir schauen uns mal ein Beispiel an, wo die Apostel alle keinen Glauben hatten. The very men that Jesus picked. The very men that Jesus picked, the Apostles. Die Menschen, die Jesus ausgesucht hatte. And taught them and trained them for three years. Und er hat sie gelehrt und ausgebildet während drei Jahren. We find out, they're just like you and I. Wir können da feststellen, die sind genauso wie du und ich. They were far from perfect. Sie waren weit davon entfernt, vollkommen zu sein. We praise the Lord, there's one person who's perfect. Aber preis den Herrn, es gibt eine Person, die ist vollkommen. Und das ist Jesus. So let's turn to Matthew chapter 14. Wir schauen deshalb in Matthäus kapitel 14 rein. There's also a scripture. Das ist eine Bibelstelle. Wir fangen an in Matthäus 14, 22. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüber zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Is that verse 22? Yes. Aha. Many, many times the Lord to teach us our faithful, or his faithfulness, designs trouble so he can prove that he is the faithful. Damit er mittendrin beweisen kann, dass er treu ist. When I don't have any more belief, I'm failing, I think it's all over. Da, wo ich völlig fertig bin und denke, es ist alles vorbei. And sometimes I think, man, I've done something so terrible. Und manchmal denke ich, ich habe etwas Fürchterliches getan. Jesus won't forgive me now. Und das wird Jesus mir bestimmt nicht vergeben. Er kann mich gar nicht mehr brauchen. Und so the Apostles were just like you and I. Und die Apostel, die waren genauso wie du und ich. Jesus had just performed a miracle. Und deshalb wollte Jesus ein Wunder tun. Und er brauchte die Apostel, um die Massen zu füttern, zu ernähren. Und dann, as Markus read, he told the Apostles to go to the other side. Und so wie wir jetzt gelesen haben, da hätte er den Jungen gesagt, sie sollten auf die andere Seite des Sees fahren. Now, I want to give you one more text in the Old Testament. Ich möchte auch einen anderen Text noch im Alten Testament euch geben. Psalm 4, Vers 1. Basically, the Lord says, it's in my distresses that I'm enlarged. Dort sagt der Herr im Prinzip, dass in meinem Stress, in meinen Problemen, in meinen Auseinandersetzungen, dort werde ich wachsen. In anderen Worten, Gott plant Probleme. Und ich schreie und weiß nicht, was ich tun soll. Und ich versage. Ich mache einen Fehler. Und dann denke ich, oh, das war's. Und das ist wohl vorbei mit Jesus und mir. Und er muss mir zeigen, dass ich falsch denke, wenn ich so denke. Er wird uns niemals verlassen. Er wird es nie zulassen, dass du zerstört wirst. Vers 23. Schau, was passiert. Ich lese es erst, und dann lese es. Und als er das Volk hat ergehen lassen, Vers 23, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. So hier sind die Apostel, und sie steigen in ihr kleines Boot. Und der See of Galilee ist sehr ruhiger See. Und remember, they are all fishermen. Und denk dran, die waren alle Fischer. They know all about the boat. Sie wussten eigentlich, wie man mit Booten handhabt. Und wie man mit Booten von einer Seite zur anderen fährt. Und wie man die Segel richtig setzt, damit der Wind reingeht. Going across the Sea of Galilee. Und eben den See dann zu überqueren. Very, very easy. Das ist sehr leicht, eine leichte Übung. They're fishermen, they know all about it. Ah, es sind Fischer, die wissen ja alles, wie das geht. Das ist normal. But Jesus has designed something. Aber Jesus hat da etwas geplant. Like he does for all of us. So wie er das für alle von uns tut. No matter what my education is. Egal, was meine Erziehung ist. No matter how good I am at what I do. Egal, wie gut ich drauf bin, wie viel ich kann oder was ich tue. I've been to university. Ich war in der Universität. I know what it is to be an engineer. Ich weiß, was es bedeutet, ein Ingenieur zu sein. Ich weiß, was es bedeutet, ein Ingenieur zu sein. I know what it is to be a doctor. Und ich will kein Doktor sein. I know everything. I don't need to learn anymore. Ich bin ein Doktor. Ich weiß alles. Ich muss nichts mehr lernen. Das ist leicht. Das ist leicht. Wir gehen einfach ins Boot. Set the sail. Und wir setzen das Segel. Und off we go. Und dann fahren wir rüber. We'll be there in maybe 30 minutes. Und so in 30 Minuten werden wir da drüben sein. They would be there in 30 minutes if the sea stayed nice and calm. And just like in all of our lives, Jesus designs something and all of a sudden I don't know what to do. There's a storm in my life. Where did it come from? I must have done something wrong. Wahrscheinlich habe ich einen Fehler gemacht. They didn't do anything wrong. They did exactly as Jesus told them to do. But see, they need to be enlarged. They need to know more of Jesus' love. That he just doesn't only love us when things are good. And we're doing everything right. We have to learn that he will love you even when you're doing something wrong. And we're filled with doubt and unbelief. In fact, before we get through with this story, before it's over, they even insult Jesus. In their unbelief, they see Jesus as an evil spirit. In ihrem Unglauben, da sehen sie Jesus sogar als einen bösen Geist. And these are the men who are supposed to tell the whole world about Jesus. Und das sind die Leute, die eigentlich dazu ausgewählt sind, der ganzen Welt von Jesus zu erzählen. Und sie schauen ihn an und denken, das ist ein böser Geist. Sie machen den selben Fehler, den wir auch oft machen. Every time something's going wrong. Jedes Mal, wenn etwas falsch schiefläuft, I must be out of the will of God. Sorry, I must? I must be out of the will of God. I've done something wrong. Or many players, oh, it's the devil. Und oft denke ich, oh, das ist der Teufel. And it isn't any of that. It's Jesus. Und es ist nichts davon. Das ist Jesus. He's going to enlarge uns. Er ist dabei, unseren Glauben zu vertiefen, zu erweitern. No matter what you're going through right now, when it's over, you're going to realize how much more Jesus loves you. And how faithful he is. Now let's look at verse 24. The Apostle had no idea this was going to happen. The Sea of Galilee was like this floor. Das Meer, das Galiläische Meer, war so glatt wie dieser Boden hier. The sun was setting in the west. Die Sonne ging unter im Westen. A nice little breeze and off they go. Und ein leichter Windzug ging und sie fuhren los. Now look at verse 24. Und schau dir auf Vers 24. They have gone maybe five kilometers. Sie sind vielleicht so fünf Kilometer auf den See hinausgefahren. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Now stop and think of this. Jetzt denk mal drüber nach. They're in God's perfect will. Es ist Gottes vollkommener Wille. They obeyed what he said and off they went. Und sie haben dem gehorcht, was Jesus gesagt hat, und sie sind losgefahren. They know they're fishers. They know just what they're doing. Die sind Fischer, die wissen genau, was sie tun. Und all of a sudden, everything is against them. Und plötzlich ist alles gegen sie. It's like you and I. Es ist, wie das bei dir und mir ist. We have our little business. Wir haben unser kleines Geschäft. We have our places where we have employment. Wir haben unsere Arbeitsplätze. We have a good marriage. Wir haben eine gute Ehe. The children are all doing well. Und die Kinder, die entwickeln sich gut. We're going to church. Wir gehen zur Gemeinde. And all of a sudden, it seems everything is against us. Und plötzlich ist alles gegen uns. The children are going haywire. Und die Kinder spielen verrückt. I lose my job. Ich verliere meine Arbeitsstelle. I don't get any more contracts. No new business. Und ich kriege keine neuen, kann keine neuen Geschäfte mehr abschließen. Aber eigentlich habe ich alles getan, was der Herr mir gezeigt hat. Und sie müssen lernen, dass wenn wir an das Ende von uns selber kommen, egal wie gut und wie begabt wir sind, Jesus never comes to the end. Da kommt Jesus nie an sein Ende. Remember, Jesus is God Almighty in a human body. Lasst uns daran denken und uns erinnern, dass Jesus der Allmächtige Gott im menschlichen Körper ist. Und für ihn ist nichts zu schwer. Now look at verse 25. Schauen wir auf Vers 25. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Nun war der See nicht mehr so glatt wie der Boden hier. Und überhaupt nicht. Es war nicht mehr ruhig. The wind is blowing against them. Und der Wind hat die Wellen heftig aufgebracht und ist gegen sie gewesen. They're getting nowhere. Und sie sind nicht vorangekommen. It seems like they're going backwards now. Es schien als würden sie eher rückwärts fahren. Aber egal was sie probiert haben, sie konnten die Lage nicht in den Griff kriegen. Und ich bin auf dem See Genezareth gewesen, als die Stürmer aufkamen. Und da können Wellen stehen, die sind über zwei Meter hoch. In 15 Minuten kann es aufkommen. Because of the wind, it blows down off the hills into the sea. The Scirocco from Jordan. And the cold water from the Mediterranean. They meet over the Galilee, this little bowl. And it's like an angel takes an eggbeater and goes. And you can go sink pretty quickly. Now here's the amazing thing about our Jesus. They're in the middle of the night. The wind is howling. It's dark. And they don't have a handy. What am I going to do? There's nobody to call. They can't scream and yell. Nobody can hear them. The wind is blowing. They try to fix the sail. They can't fix the sail. Nobody could help them. No human being can help them. And they look. And they see Jesus walking toward them. And they see Jesus walking toward them. There's no storm in your life. There's no storm in your life. That no human being can help you. And no human being can help you. No difficulty in the politics. And no difficulty in the politics. Whatever you may facing. Will stop Jesus from coming to you. No human could help them. No human could help them. But these are the apostles. And think dran. Das sind die Apostel. He's been training them for three years. Er hat sie für drei Jahre ausgebildet. They aren't even praying. And he still went to them. That's how much Jesus loves you. They weren't even praying and asking for help. They're just in the energy of the flesh. I'm going to work this out. To versuchen die Sache selber zu lösen. I'm an American. Ich bin Amerikaner. I'm a German. Ich bin Deutscher. I don't need help. Ich brauche keine Hilfe. Yes we do. Ja wir brauchen sie. But here's the amazing thing. They weren't even praying or asking for help. Aber das Erstaunliche hier ist. Sie haben nicht mal gebetet oder um Hilfe gebeten. And he'd been teaching them the importance of prayer. Und er hat sie gelehrt wie wichtig Gebet ist. But what does the Apostle Paul tell us all? That he'll never give you anything more than you can bear. That he'll never give you anything more than you can bear. In fact Matthew doesn't tell us in his report. Matthäus sagt uns in seinem Bericht. But Mark, he tells us. Markus sagt uns aber. Chapter 6 verse 48. You don't have to turn there. Markus 6, 48. Verse 48. That Jesus could have walked right on by. Dass Jesus dabei war eigentlich am Boot vorbeizugehen. In other words as he's walking along. In anderen Worten er ging entlang. See the storm couldn't stop Jesus. Der Sturm konnte Jesus nicht aufhalten. He could have walked right on by the boat. Er hätte einfach am Boot vorbeigehen können. See what you and I experience in the world. Was du und ich in der Welt erfahren. Wenn Jesus uns behandeln würde, wie die Welt uns behandelt. And sometimes even people that once said, I love you, the way they treated me. Sorry. I'm just having... No, no, I'm sorry. The way maybe people that said, I love you, treat you. Und die Leute, die dir sagen, sie lieben dich, wie sie dich manchmal behandeln. Maybe my own mother and father. Vielleicht mein eigener Vater, meine eigene Mutter. You know what? Weißt du was? You don't deserve any help. Du verdienst keine Hilfe. I've been teaching you for three years about prayer. Ich hab dich gelehrt über drei Jahre, was Gebet bedeutet, wie wichtig es ist. Go ahead and think. Und geh weiter und geh unter. I'm done with you. Es reicht mir mit dir. Not Jesus. Aber Jesus ist nicht so. No, he stopped. Er hielt an. He knew they were frightened. Er wusste, sie waren voller Furcht. He knew they were discouraged. Er wusste, sie waren entmutigt. Er wusste, sie hatten nicht den Glauben, den sie eigentlich brauchten, um diese Situation zu bestehen. Er wusste auch, es war jetzt die Grenze ihrer Belastung erreicht. Und deshalb ist er da genau zu ihnen gekommen. Now, look at verse 26. In Vers 26. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a phantom, an evil spirit. And they cried out for fear. Und als sie in die Jünger sahen, auf dem See gehen erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst. Und schrien vor Furcht. Literally in the Greek language. Im Griechischen heißt es wörtlich. Where our English Bible is translated. It's said that they squawk like cravens. Cravens? Cravens. Grows. Sie haben gekräht wie Krähen. Ah! Ah! It's an evil spirit. Ein böser Geist. Can you imagine Jesus, if he was like you and I? Can you imagine Jesus, if he was like you and I? It'd be like me. I see Uli. Ah! It's an evil spirit. And I imagine, I see Uli and I say, oh, that's a böser Geist. That's exactly what they did to Jesus. And this is what, we do this again to each other. He goes, oi wey. Oi wey. That's Hebrew. How often do I have to put up with you guys? Wie oft muss ich mich mit euch noch herumschlagen? Look what he said when they accuse him of being an evil spirit. Und was würdet ihr sagen, wenn ihr als böser Geist bezeichnet würdet? After they've been with him for three and a half years in his own personal Bible school. Nachdem sie dreieinhalb Jahre in seiner ganz persönlichen Bibelschule waren. Now, up to this point. Bis zu diesem Punkt. Once the storm started. Seit der Storbe jetzt begonnen hat. They've done nothing right. Da haben sie nichts richtig gemacht. They didn't pray. They haven't prayed at all. Sie haben überhaupt nicht gebetet. When he does go to help them. Wenn er kommt, um ihnen zu helfen. They accuse him of being an evil spirit. Und dann sagen sie, noch heils ein böser Geist. Und guck mal, wie Jesus uns behandelt, wenn wir uns so verhalten. Vers 27. Aber so gleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost. Ich bin's. Fürchtet euch nicht. Don't be afraid. Ich werde euch nicht verlassen. That's how he treats us when we fail. So verhält er uns. Er hält er sich, wenn wir versagen. Be of good cheer. Freu dich. Sei entspannt. Don't be afraid. Hab keine Angst. But I can't control this. Aber ich kann das nicht unter Kontrolle halten. I don't like this. Ich mag das nicht, wenn ich Dinge nicht kontrollieren kann. I'm afraid. Ich habe Angst. Der Schmerz geht nicht weg. Der Doktor weiß nicht, was er tun soll. I don't have a job now. Meine Kinder nehmen Drogen. Mein Ehemann hat mich verlassen. Meine Frau will sich scheiden lassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Don't be afraid. Jesus weiß, was zu tun ist. Er will dich nicht verlassen. Er will dich nicht verlassen. Nein. Er hat alles unter seiner Kontrolle. In Vers 28. Peter antwortete ihm und sagte, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Es ist interessant. Jesus hat sich gezeigt. Aber der Sturm hat nicht aufgehört. It didn't just go away all of a sudden, when Jesus showed up. Der Sturm ist nicht plötzlich weg gewesen, als Jesus erschienen ist. He has more to teach us. Er will uns noch mehr lehren. You see, I would have liked it. Ich hätte es lieber gehabt. He said, Bill. Wenn er gesagt hätte, Bill. Don't worry. Mach dir keine Sorgen. I'll make it nice and smooth again. Ich mach das jetzt wieder ganz glatt hier, das Meer. He doesn't do it that way. Aber das hat er nicht getan. He asked you and I, step in the storm. Er bittet dich und mich, dass wir in den Sturm hineingehen. See, I want the storm to go away right away. Ich möchte, dass der Sturm sofort weggeht. Jesus said, you won't grow, if the storm goes right away. Und Jesus sagt, wenn ich den Sturm jetzt gleich wegnehme, dann wirst du nicht wachsen. You need to step in the storm. Du musst in den Sturm hineingehen. As frightening as it may be, so beängstigend das sein muss, you step. Geh hinein. And Peter, even though he failed, und Jesus, obwohl, äh, Petrus, obwohl er versagt hat, he did, he stepped. Er ist hineingegangen ins Wasser. Look at verse 29. Vers 29. He said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. All of a sudden, his eyes are back on Jesus. Sorry, all of a sudden? His eyes are on Jesus. Plötzlich sind seine Augen auf Jesus gerichtet. All of a sudden, no evil spirit now. Plötzlich merkt er, es ist kein böser Geist. I know it's Jesus. Ich weiß, es ist Jesus. Und er geht. Und bevor er irgendetwas anderes weiß, ist er mitten im Sturm drin. His situation hasn't changed. All the things didn't go away. But he was being kept miraculously because his eyes were on Jesus again. Aber er ist gehalten worden in wunderbarer Weise, weil seine Augen auf Jesus gerichtet waren. Und see, sometimes that's what the Lord wants us to learn. Und das ist manchmal, was Jesus möchte, dass wir es lernen. You're my child. Du bist mein Kind. I love you. Ich liebe dich. I've redeemed you. Ich habe dich erlöst. Aber du musst neu lernen, deine Augen auf mich zu richten. You need to refocus and get your eyes on me again. Du musst dich ausrichten und konzentrieren und auf mich schauen. And the storm won't overwhelm you. Und dann wird der Sturm dich nicht überwältigen. I'm not going to let you perish. Ich werde es nicht zulassen, dass du verloren gehst. But like all of us, they're just like us or we're just like the apostles. Aber wir sind alle wie die Apostel. In Vers 30. In Vers 30. When he saw the wind, boisterous, he's afraid. And beginning to sink, he cried saying, Lord, save me. Und als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. What happens to you and I? Was passiert mit dir und mir? The Lord comes maybe in our storm. Der Herr kommt vielleicht in unseren Sturm hinein. We're aware of his presence again. Und wir haben plötzlich wieder, wir wissen, dass er gegenwärtig ist. And we get our eyes off the problem. Und wir nehmen unsere Augen weg von den Problemen. Und wir schauen neu auf Jesus. Und wir schauen neu auf Jesus. Und dann all of a sudden, my eyes are back on my problem. Und plötzlich aber sind meine Augen wieder zurück auf das Problem. I'm thinking of that again. What happened to Peter when he took his eyes off Jesus again? Als er seine Augen wieder abgelenkt hat, weglegt hat von Jesus. He saw the wind and the rain. a wave didn't hit Peter and knock him down. Es war nicht eine Welle, die Petrus getroffen hat und die niedergebrochen hat. The wind didn't knock him down. Der Wind hat ihn auch nicht umgeschmissen. Jesus won't let that happen. Jesus hat das nicht zugelassen. He saw it. The wind and the waves. Er sah den Wind und die Wellen. And he started to sink again. Und er fing wieder an zu sinken. He got his eyes off Jesus and back on the problem. Er hat seine Augen weg gelenkt von Jesus auf das Problem. And back on me, Peter, I can't do it. Und auch auf sich selber und sagt, oh, ich bin nicht gut. Und down he starts to sink. Und sofort fängt er wieder an zu sinken. It's all over me all over again. Es kommt alles wieder über mich. Now, what did Jesus do? First, let me tell you what Jesus didn't do. What Jesus will never do for you. Ah, so you're sinking, eh? Ah, jetzt sinkst du also. Don't know how to pray, huh? I spent three and a half years telling you about prayer. You think I'm an evil spirit, huh? I'll see you later. Sink. Geh unter. See, our problem is we treat each other that way. we've maybe experienced something like that from somebody who said, I love you. But Jesus won't do that to you. Look at verse 31. And look at Peter's prayer. prayer. I've heard people pray and I thought they were reading the Bible all over. They never stopped. When are they going to stop? I'd like to pray. Look at how long Peter's prayer was. Lord, save me. wrong kind of prayer. You didn't pray long enough. I don't answer a prayer like that. You've got to describe what you're going through. And you've got to quote scripture. I'm not answering a prayer like that. Lord, save me. And look at how quickly Jesus answered the prayer. auf dieses Gebet geantwortet hat. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and he said to him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Vers 31. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? It hurt and troubled Jesus. Es hat Jesus verletzt und irritiert. When Peter realized all of his unbelief, I've doubted my Lord. I've insulted my Lord. I deserve to die. He has to just forget me. Jesus could have cared less if Peter walked to the beach all the way to the shore on the water. Jesus did not care if Peter didn't walk to the shore on the water. He wasn't teaching the apostles how to walk on water. is what troubled Jesus. Not that Peter kept walking that Peter thought he was going to die. Peter thought that I deserve to die. He's not going to help me. And that's what bothered Jesus. That somebody he loved someone that he loves that has unbelief has failed has not prayed accused him of the devil and think that he would let him go. Jesus will never let you go. But Jesus will never let you If you've opened your heart to Jesus and ask him to be your Lord and Savior he will never let you sink. He didn't even let Peter go up and down a few times to teach him a lesson. Down he goes. Runter sinkt I think you need another one down you go again. Maybe one more time. It was immediate instantly how quickly and when it was all over look at verse 32 and when they were coming to the ship the wind ceased and they that were in the ship came and worshipped him saying of a truth thou art the son of God Do you see how they were all enlarged realized even more how much Jesus loved them even when they doubt and they fail Jesus will never fail you that hurts him when you doubt him like that he'll be with you forever sorry he will be with us forever and it just might be there's somebody here this morning and you're still in your storm and Jesus is saying come get your eyes back on me get your eyes off the trouble the pain problem get your eyes back on me I'm never going to let you go let's pray Lord Jesus you are so faithful I in my own life Lord in my own life the times I failed you and had doubt and unbelief even since I have begun to come to Hanover 31 years ago you have kept this weak man in your hand you've watched over me and many of my friends are here still today because you've watched over them father may we encourage those who come behind us and let them know in their storm that you will never forsake them we thank you father in Jesus name amen amen